Hallo zusammen, ich begrüße euch, wir haben heute den 24.03.2024, hier wieder der nächste Trailer am Start, Deutschland im Jahre 2024, du kannst nicht mehr so leben, wie du leben willst, gut, ist jetzt sicherlich auch keine absolute Überraschung, ein paar haben sie ja schon mittlerweile mitbekommen, aber natürlich diejenigen, die immer sich bei Demos gegen rechts tummeln, die haben das vielleicht noch gar nicht so jetzt hier verinnerlicht, darum geht es, nicht nur darum, sondern auch ein paar andere Sachen, wie immer anzuschauen bei VKP Truth Odyssey, Getrailer bei Rumble, dreimal YouTube und dann vielleicht bis gleich, macht's gut, tschüss.